PEGI 16 Im interdimensionalen Riss vermischen sich die Grenzen zwischen Raum und Zeit. Dort sah er die Zukunft. Die Sündenvertilger sind eigentlich Leute wie du und ich. Die von den Fluten des Lichts verschluckt wurden. Für sie gibt es keinen Weg zurück. Wenn wir den Lichtbringer besiegen, wird sein gesamtes Licht auf einmal freigesetzt. Und ein neuer Lichtbringer wird geboren. Deswegen hatten wir ihm in den letzten 100 Jahren nichts entgegenzusetzen. Das ist Wathry. Der Herrscher von Yulmaw. Unsere lieben Freunde, die Sündenvertilger, brauchen den Äther, aus dem die Körper aller Lebewesen bestehen. Er ist ihr Lebenssaft. Diese Welt ist nicht zu retten. Und wer es versucht, ist selbst verloren. Diese Welt ist kein Platz für Helden mehr. Wenn du die Kraft für einen weiteren Schritt hättest, würdest du dann meine Welt, würdest du dann alle Welten retten? Dann? Dann lass es uns tun. Dann lass es uns tun. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich. Mit seinen Gebeten und Opfern erschuf das Volk eine neue Ordnung. Den Willen des Planeten. Nehmen wir nur mal an, du sagst die Wahrheit. Dann sind Zodiac und Heidelin ja... Jetzt sag bloß, das merkst du erst jetzt. Sie sind die ältesten, stärksten... Primae. Primae. Untertitelung des ZDF, 2020